Was ist passiert? Was ist los? Der Hahn im Seel noch nicht brannte. Er weckte seinen Kollegen aus. Ihn aufgelacht, dort in der Ferne ist ein Haus, in dem wir noch nicht entdeckt haben. Da musste die Anliegen, aber oh je, der Esel hat so Reumatismus. Da steckte die Katze ein Leiter, rein zufällig, nicht am Haus. Diese Leiter können sie gut gekochen. Und so bauten sich die Tiere... ...zwei, zwei, drei... ...zwei, zwei, drei... ...zwei, zwei, drei... ...Gremen, Gremen, Gremen, Gremen... ...Gremen, Gremen, Gremen! Und sie liefen, liefen, sie hatten keine Wohnung mehr. Da kam dann der Weg nach, war weit, wie sie wollten heute noch nach. Da kam dann ein Haus vorbei, wo ein Hahn saß mit seinen ganzen Kugeln. Und sie kreilten das aufgeregt, die Esel, die Hunde und die Katzen fragten, was von euch los zu kriegen. Die Esel, die Hunde und die Katzen, die Ede nach, um ihn, statt muss die Katze werden. Die Esel.